Für mich ist er wirklich ganz groß, obwohl er immer klingt, er ist ein richtiger Mensch. Das schwingt, das ist ein paar Leute wollen fressen, ich bin in die Schulter, das schwingt, 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 das schwingt. Franz Klammer hat nach seinem dritten Kitzbühel-Sieg in Folge den Gipfel seiner Popularität erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020